Hallo Mitmenschen! Bevor ich zum Eigentlichen komme, wollte ich loswerden, dass ich diese Begrüßung mit den Mitmenschen von Anfang an durchgezogen habe. Ich wollte hier nämlich nicht einfach ein paar Zuschauer begrüßen oder irgendwelche Leute, die nicht zufällig Fans von dem sind, was hier läuft, sondern einfach Menschen. Aber nicht einfach die Einzelnen, denen ich hier ein wenig von ihrer Freizeit einnehme, sondern ich wollte zumindest ein klein wenig, dass wir eben ein Gemeinschaftsgefühl entwickeln. Das soll jetzt nicht bloß auf diesem kleinen Kanal beschränkt sein, sondern auch auf andere Menschen dort draußen, dass wir uns für die Probleme anderer stark machen können. Egal was sie gerne anschauen, was sie anziehen, welche Ansichten sie vertreten oder welcher Religion, Land oder sonst jedweder Gemeinschaft, die sie sich zuordnen wollen. Es sind alles Menschen und von denen muss jeder mit Problemen umgehen. Also wir sind alle Menschen und es gibt so ziemlich immer etwas, das uns bedrückt. Ein kleiner Hunger, der entlagt, Geld, mit dem er Probleme hat, jemand, der mal wieder mit seinem Uploadplan hinterherhängt oder eben einfach unbequeme Schuhe oder was auch immer gerade los ist. Und für viele wird es wohl keine große Überraschung sein, wenn ich sage, dass viele Menschen auch mit deutlich mehr zu kämpfen haben. Es kann jetzt eine schwere Erkrankung sein oder Menschen, die auf der Arbeit oder in der Schule gemobbt werden, ob jetzt mit Worten oder auch mit Schlägen, Kinder, die zu Hause misshandelt werden, Menschen, die gerade eine Trennung durchmachen oder auch einen anderen Verlust zu beklagen haben. Das sind alles schreckliche Dinge und mit denen umzugehen ist absolut nicht einfach. Je nachdem, ob man jemanden findet, zum Beispiel einen Familien- oder Freundeskreis, mit dem man drüber reden kann, erhält man zumindest auf diesem Wege Hilfe. Aber es ist für viele Menschen unterschiedlich, ob sie solche Hilfe finden oder den Mut bzw. das Vertrauen aufbringen können, sich damit an jemanden zu wenden. Und wenn man diese Probleme mit niemandem teilt, wird es selten von selbst besser. Das Gefühl von Einsamkeit und nicht verstanden zu werden, können grausame Resultate bringen. Es kann mit der Vernachlässigung von Hobbys und Freunden anfangen, aber es hat auch schon bei vielen Menschen bis zum Selbstmord gereicht. Und dieser Eindruck von Einsamkeit, dass es keinen gibt, der einem helfen kann oder will, der ist falsch. Es kann sehr gut passieren, Leute kennenzulernen, mit denen man nicht klarkommt oder die einen gar abstoßen. Aber das heißt nicht, dass es dort draußen auch keinen gibt, der einem helfen würde. Wir würden einander vielmehr helfen und zurechtkommen, wenn wir die Probleme unserer Mitmenschen kennen würden. Aber das sind meistens auch keine Sachen, die man einfach erzählt. Allerdings sind wir jetzt hier im Internet, eine riesige Absammlung von Menschen und mal leichter und mal schwieriger findet man hier auch Leute, die auch mit verschiedensten Problemen zu kämpfen haben und die oft genug das Gefühl haben, damit allein zu sein. Und dagegen können wir etwas tun. Sicherlich gibt es bessere Ideen, aber hier wäre schon mal mein Vorschlag. Ihr geht jetzt zum Beispiel für eine halbe Stunde oder länger auf eine kleine Reise durch YouTube und sucht nach Kommentaren möglichst Unbeantworteten und schreibt denen etwas. Wenn es sich anbietet zum Thema, wenn sie sich wirklich über Probleme auslassen, versucht ihnen etwas Hoffnung zu geben oder geht einfach auf die Seiten von irgendwelchen Leuten, ob die jetzt Videos machen oder nicht, aber einfach welche, wo nicht viel los ist und schreibt denen etwas Schönes. Wenn die nicht antworten, ist ja nicht schlimm, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie damit ein paar Menschen den Tag verschönert, ist sehr hoch. Denn das Gefühl der Einsamkeit und besonders das Ignoriertwerden können wirklich Schmerzen verursachen. Und so eine kleine Aufmunterung kann manchmal schon Wunder bewirken. Das ist jetzt natürlich nicht zeitlich beschränkt. Ihr könnt jederzeit einfach mal aufmerksam durch Kommentare streifen und speziell bei Videos, die schon trauriger angehaucht sind, sammeln sich wirklich Schicksale. Aber egal, ob es jetzt größere oder kleinere Schwierigkeiten sind, ein paar positive Gedanken von anderen am Tag hat sich jeder verdient. Dass ihr die Probleme dieser Menschen löst, kann ich natürlich nicht von euch verlangen. Und ich weiß auch nicht, mit was für Schicksalsschlägen ihr gerade zu kämpfen habt. Aber wenn ihr einigen Menschen dort draußen eine freundliche Botschaft hinterlassen könntet, um ihnen zumindest etwas den Tag zu verschönern, das würde mich sehr stolz machen. Und ob ihr dieses Video jetzt verbreitet oder auch andere YouTuber zu einer ähnlichen Aktion anstiften wollt, auch das ist absolut eure Sache. Und ich hoffe, ihr vollbringt noch ein paar wunderschöne Tage und ich wünsche euch nur das Beste für euer Leben. Passt auf euch auf und haltet tapfer durch. Denn ihr seid nie wirklich allein.